Musik Willkommen zur heutigen Ausgabe von Haag-Steuer-TV. Unser heutiges Leben ist Bio! Hallo meine lieben Freunde! Wir haben ein Projekt, das trägt den Namen Bio heißt Leben. Hallo Freunde, unser heutiges Thema ist Bio heißt Leben. Wie finden Sie es, dass wir von der Schule aus ein Projekt mit dem Titel Bio heißt Leben veranstalten? Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich finde es einmal grundsätzlich total super, dass ihr euch mit dem beschäftigt. Also das finde ich ganz super, weil es etwas ganz wichtiges Lebensbezogenes ist und ihr dadurch für das, was lebensvorbereitend ist, einen wichtigen Impuls in Geisting setzen könnt. Ich finde es natürlich super als Lehrerin. Es ist ein sehr gutes Projekt, weil ich glaube, dass die Jugendlichen sich ständig damit auseinandersetzen sollten, was für Lebensmittel sie zu sich führen und mit was eigentlich gewirtschaftet wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was halten Sie denn selbst für Bio? Ich finde es super, ich habe einen kleinen Gemüsegarten zu Hause, das mir zunehmend Spaß macht, weil mir jetzt einfach immer mehr meine Pflanzen gelingen. Sehr viel. Ich mache auch zu Hause, bemühe mich sehr, dass ich möglichst viel Bio-Lebensmittel einkaufe. Ich weiß aber, dass es nicht immer gelingt, dass manchmal recht mühsam ist die Geschichte. Für uns ist eigentlich die Ernährung ein ganz wichtiges Thema geworden und wir schauen natürlich, dass wir so weit wie möglich, und das geht bei uns ja am Land, relativ einfach, biologische Lebensmittel kriegen. Ich bin nicht nur hier in Steyr zuständig für den Bioladen, sondern habe zu Hause auch eine Biolandwirtschaft, die ich mittlerweile 25 Jahre betreibe und ich denke, das sagt genug aus. Was halten Sie denn von Bio? Von Bio? Ich meine es Bio-Produkte oder überhaupt von Bio? Überhaupt. Überhaupt von Bio. Ja, ja. Sehr viel, aber ich weiß nicht, ob es richtig Bio ist, wo das Bio steht. Das war ein kurzer Einfluss mit unserem Projekt, das wir durch einen Film festhalten. Das war ein kurzer Einfluss mit dem Film festhalten.